Hallo und willkommen bei Jean-Marc Darot. Liebe Jungfrauen, ich habe hier Karten ausgelegt für den Monat Juni 2024. Es wird dieses Mal sehr spannend bei euch. Ich freue mich. Ja, auf dieser Seite habe ich Karten für dich, auf dieser Seite für dein Gegenüber. Hier können auch mehrere Menschen auftauchen bzw. mehrere Themen präsent werden im Monat Juni. Die Rollen können vertauscht sein. Es ist eine allgemeine Legung. Denkt bitte immer daran, kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Und es folgen dann noch weitere Karten. Das ist hier nur so zum Start. Ja, da beginne ich gerne mit diesen zwei Orakelkarten. Ich habe hier das Nashorn. Überwinde jedes Hindernis, liebe Jungfrau. Nur Mut. Das Nashorn hat hier eine sehr scharfe Spitze hier vorne. Das Nashorn kann unglaublich an Geschwindigkeit zunehmen. Es wirkt wie ein klobiges, unbewegliches Tier, aber das Nashorn kann sehr schnell rennen. Und das macht das Tier so gefährlich. Ja, gerade hier mit diesem Horn vorne können diese Tiere, ja, wenn sie dieses Horn irgendwo reinrammen, schon Schaden anrichten, sehr gefährlich werden. Und ich denke mal, du solltest dich selbst auch nicht unterschätzen, ja. Du hast hier die Kraft und das Potenzial, deine Ziele zu erreichen. Hier liegt irgendwo ein wunderbarer Erfolg. Ich komme gleich dazu bei den Tarotkarten. So, hier Fatum, Mitte Nummer 17. Schicksal. Etwas Schicksalhaftes passiert im Juni. Und das hat weitreichende Folgen für dich. Hier sind so Sternchen angereiht und diese Sternchen, die hängen hier an so einer Schnur. Die sind so an dieser Schnur angereiht. Und das hat folgende Bedeutung. Alles im Leben hat schon seinen Sinn. Die Menschen, die wir kennenlernen, die Wohnungen, die Wohnorte, die wir aufsuchen, das Arbeitsumfeld, was wir lernen, was wir erlernen. Unsere Talente, auch versteckte Talente. Es gibt sogar Menschen, die noch mit 50 ein neues Talent entdecken. Ja, und am Ende macht alles irgendwo Sinn. Das erste Sternchen. Du triffst dich mit einer Freundin. Die hat einen Kumpel dabei. Mit diesem Kumpel kommst du dann zusammen, hast eine wunderbare Partnerschaft. Dann zieht ihr eine gemeinsame Wohnung. Dann trennt ihr euch. Dann musst du aus der Wohnung ausziehen. Findest eine neue Wohnung. Und das ist dann deine Traumwohnung. In dieser Traumwohnung kontaktierst du da die Nachbarn. Schließt du Freundschaft mit den Nachbarn. Und ja, da stellst du fest, dass da jemand dabei ist, mit dem du dich sehr gut verstehst. Und ihr habt ein gemeinsames Hobby. Und dann macht ihr daraus ein gemeinsames Business. Und so weiter und so fort. Rückblickend macht alles einen Sinn. Es ist so. Und hier passiert auch etwas für dich im Juni, wo du vielleicht später, Monate, Jahre später sagen wirst, Ah, okay, damals hat das angefangen. Damals habe ich das gefunden. Damals habe ich diesen Menschen kennengelernt. Da hat alles angefangen. Spannend. Die Legung beginnt hier mit den Liebenden und mit der Sternkarte. Übrigens hier die Sternkarte. Das ist ja die Wunscherfüllung im Tarot. Das ist auch die Heilungskarte. Ja, Heilung von negativen Mustern. Heilung von negativen Erfahrungen. Hier sind diese Sternchen angereiht. Und wir haben auf der Sternkarte auch diese Sterne. Ja, steht für Schutz, Erfolg, Wunscherfüllung. Wunderbar. Befreiung auch. Befreiung aus alten, verkrusteten Strukturen. Das sind hier zwei große Arcana. Und bei den großen Arcana ist es so, dass wir das manchmal im ersten Moment gar nicht wahrnehmen. Wir sagen, wie, da ist doch gar nichts passiert, großartig. Aber später, rückblickend, verstehen wir, dass wir da einen bestimmten Knopf gedrückt haben. Und das hat dann so ganz viele andere Lämpchen zum Leuchten gebracht. Und genau das passiert bei dir im Juni. Hier wird eine Entscheidung getroffen oder ein bestimmter Weg wird eingeschlagen von deiner Seite. Und das ist ein Weg, eine Entscheidung. Vielleicht triffst du einfach nur einen bestimmten Menschen. Und das hat hier weitreichende Konsequenzen für dein Leben auf eine sehr positive Art und Weise. Dann zeigt sich hier ein ganz anderes Thema, was damit, glaube ich, nichts zu tun hat. Neun der Schwerter, vier der Münzen und sieben der Kelche. Ja, irgendwas belastet dich. Ja, du machst dir hier Sorgen über eine bestimmte Situation. Du kannst dich nicht so richtig entscheiden. Vielleicht geht es hier um mehrere Optionen. Und du kannst dich nicht entscheiden, weil du instinktiv an etwas Gewohnten festhalten möchtest. Und das ist nicht immer so gut. Ja, das ist nicht immer angeraten. Ich kenne das von mir auch. Ich bin auch so ein Gewohnheitstier. Und es gibt so gewisse Themen, da kann ich mich schwer für neue Experimente öffnen. Und sowas könnte das hier bei dir sein. Möglich auch, dass du hier Kummer hast wegen einer bestimmten Verbindung, an der du festhältst. Ja, ein Mensch, wo du vielleicht auch Ängste entwickelt hast, dass du diesen Menschen verlieren könntest, weil sich eure Verbindung verändert hat. Und du verstehst auch nicht so richtig, warum es so ist. Woran bin ich da jetzt? Was ist mit den Gefühlen? Ja, fühlt der andere was für mich? Haben wir hier etwas gemeinsam? Oder haben wir hier nur eine Freundschaft? Was ist das hier mit uns? Du hältst hier sehr stark fest. Und das ist so das, was dich hier auch in so einer Stagnation festhält. Ja, in so einer Traurigkeit, in so einer Grüblerstimmung. Schauen wir mal hier auf dein Umfeld. Zwei der Kirche umgekehrt. Ja, es geht hier um diesen Menschen. Dieser Mensch zeigt nicht so richtig, was zwischen euch ist. Positioniert sich diesbezüglich nicht klar. Ja, steht nicht ganz klar zu dir. Mit den Kirchen ist dieser Mensch vielleicht auch freundlich, sympathisch, dir angenehm zugewandt. Trotzdem hast du hier nichts Festes in der Hand, wo du sagen könntest, ja, wir sind zusammen. Oder ja, wir planen die Zukunft. Das ist alles so schwammig. Du kannst auch nicht mal einschätzen, ob diese Geste, diese Kommunikation seitens dieses Menschen authentisch ist, ehrlich ist. Oder ob dieser Mensch das einfach nur spielt. Ich sehe hier mit sieben der Schwertern, dass dieser Mensch, die auch immer wieder ausweichend reagiert, weicht immer wieder aus. Müschte nicht eine klare Position beziehen in Bezug auf euch. Hier sind auch Erfahrungen. Ja, dieser Mensch hat hier negative Erfahrungen in seinem Leben gesammelt. Vielleicht auch Traumata. Das hat diesen Menschen geprägt. Und ja, bei einigen ist das einfach so der Fall, dass dieser Mensch aufgrund gewisser Geschehnisse in seiner, ihrer Biografie sich das einfach angewöhnt hat. Ich weiche immer aus. Am besten, ich lege mich nicht fest. Am besten, ich mache keine klare Aussage, weil dann werde ich auch nicht zur Verantwortung gezogen. Dann muss ich hier nichts aufbauen, habe ich keine Verbindlichkeiten und dadurch auch keine Belastungen. Weil wir haben hier mit den Stäben auch Belastungen. Ja, dieser Mensch ist belastet. Und mehr Belastungen will dieser Mensch nicht auf sich nehmen. Und momentan ist es so, dass es für diesen Menschen sich so anfühlt, als ob eine verbindliche Partnerschaft oder was Vertragliches, könnte ich auch sein, diesen Menschen nur noch weiter belasten würde. Dann habe ich hier einen König der Münzen, drei der Münzen. Ich weiß nicht, inwieweit das hier zusammenhängt. Oder ob das hier was Separates ist. Ja, der König der Münzen, das ist auch eine starke Erdenergie. So wie du, liebe Jungfrau. Könnte ich hier auch Steinbock oder Stier anzeigen. Vielleicht jemand aus dem beruflichen Feld, weil wir haben hier auch drei der Münzen. Vielleicht triffst du diesen Menschen auf Arbeit. Vielleicht ist es auch dein Vorgesetzter. Könnte ich hier das Thema auch mit Finanzen zu tun haben. Und entsprechend eine Kooperation gemeinsam hier etwas auf die Beine stellen, aufbauen, weiterentwickeln. So, auf jeden Fall ist hier so eine stabile Konstante erstmal angezeigt. Ich werde das jetzt mal erklären, was jetzt noch so kommt. Und dann schauen wir mal, was sich da hinter dem König verbirgt. Vier der Stäbe und das Rad des Schicksals. Wow. Unglaublich. Super Karten. Acht der Stäbe, die sind so quergekommen. Der Gehängte und die Gerechtigkeit. Königin der Schwerter. Fünf der Schwerter. Page der Schwerter. Acht der Schwerter. Liebe Jungfrau, die ersten vier Karten, das ist die Essenz dieses Readings. Ja, das ist sozusagen der Diamant. Und ich bitte dich, dass du dich darauf fokussierst. Weil das ist etwas ganz Besonderes, was hier stattfindet. Das ist eine Rarität. Vier der Stäbe und das Rad des Schicksals. Wir haben insgesamt hier auch drei große, sehr positive Arcanas. Die mir sagen, dass das Universum nun eingreift. Durch eine bestimmte Aktion, ein Treffen, ein Termin. Irgendetwas wird hier im Juni stattfinden. Vorrangig geht es um die ersten drei Wochen im Juni. Da wird etwas passieren, was dein Leben langfristig komplett verändern wird. Wir haben hier vier der Stäbe. Das kann ja alles Mögliche sein. Vier der Stäbe steht ja grundsätzlich für die Hochzeit. Das ist ja die Hochzeitskarte im Tarot. Es geht um Stabilität. Es geht um Häuslichkeit. Häusliche Themen. Kann aber auch berufliche Stabilisierung sein. Ja, etwas beruflich aufbauen. Also hier bahnt sich etwas für dich an, was du wirklich rückblickend als, ja, als Wunder bezeichnen könntest. Sehr, sehr schön. Was sich hier zeigt, diese sechs Karten, ja, das ist hier so ein Durcheinander mit jemandem, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, die Karte ist ja so quergekommen. Acht der Stäbe. Ja, so eine wirre Kommunikation. Worte, die schnell, die schnell irgendwie für Aufsehen sorgen. Worte, die nicht richtig platziert werden. Eine chaotische Kommunikation. Irgendjemand kriegt hier was im falschen Hals oder du fühlst dich nicht verstanden. Absprachen, die nicht eingehalten werden. Also irgendwas nagt hier an dir, aber ich habe das Gefühl, du gewichtest das Ganze viel zu stark. Einfach aus einer gewissen Gewohnheit heraus. Ja, weil man sich kennt und, ne, so. Guck mal, hier der Gehengte. Der Gehengte und die Gerechtigkeit. Schau mal, je mehr du dich in dieses Thema da reinsteigerst, desto mehr hängst du hier in der Luft. Du kommst hier nicht vorwärts in Bezug auf eine bestimmte Situation, in Bezug auf einen bestimmten Menschen. Aber der Auftrag für dich lautet ja im Juni, überwinde jedes Hindernis. Lass dich davon nicht aufhalten. Die Gerechtigkeit. Die Justizia, die hat ja eine Augenbinde um. Wenn wir hier genauer hinschauen, schummelt die aber. Die guckt hier mit einem Auge. Die guckt mit einem Auge, weil sie das intuitiv nicht entscheiden kann. Und wir haben in diesen Waagschallen eine weiße Katze und eine schwarze Katze. Das Weiße steht für mich für die Reinheit, die Ehrlichkeit. Für die Echtheit und das Schwarze für Lügen, Falschheit, negative Muster, Streitigkeiten, Wut, Hass, Zorn. Ich habe das Gefühl, dass du in Bezug auf einen bestimmten Menschen dir nicht so sicher bist, ist das ein Engelchen oder ein Teufelchen. Du kannst es nicht so richtig einschätzen und deswegen hängst du hier fest. Vielleicht hat dieser Mensch ja beide Seiten an sich. Mal so, mal so. Ich sag dir was, liebe Jungfrau. Konzentrier dich bitte im Juni auf diese Geschichte hier. Wenn du noch nicht weißt, was es sein könnte, warte ab. Oder guck dir das Video nochmal so Ende Juni oder im Juli an. Hier, diese Menschen, mit denen du es zu tun hast, ja, das sind Menschen, die dich komplett blockieren, die dich hier so festhalten. Dann kommst du gar nicht vorwärts mit diesen Leuten, die du aktuell um dich herum hast. Was ja nicht schlimm ist. Ja, jeder kann mal eine schwierige Phase haben, Probleme, Sorgen und so weiter und dann wird jede Verbindung anstrengend. Ich kenn das. Ich sag dir was. Hier hast du Menschen, einen oder mehrere. Also ich seh hier mindestens zwei. Das ist Stress pur. Ja. Hier fehlt es an liebevollen Gesten. Hier fehlt es irgendwo auch an Respekt, hab ich den Eindruck. Es fehlt auch an der Bereitschaft, wirklich mit dir zusammen etwas Schönes aufzubauen, etwas Schönes zu gestalten. Ich seh hier eher Menschen, die auf sich selbst fokussiert sind, auf ihre Probleme, immer nur ihre Probleme wälzen wollen. Vielleicht auch Menschen, die so ihren Frust bei dir rauslassen. Ja, sind irgendwie wütend auf den Chef und dann trefft ihr euch zum Kaffee und dann darfst du dir sonst was anhören, weil gerade die schlechte Laune auf dich übertragen wird. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist ja die Königin der Worte, auch der harten Worte. Ich hab den Eindruck, hier ist jemand sehr kühl, rational, gibt dir immer nur so kurze Antworten oder trifft sich mit dir, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt. Aber ansonsten fehlt es mir hier an Weichheit, an Herzlichkeit und Schwung. Ja, hier fehlt auch so der Schwung. Das Lebendige fehlt hier irgendwo, der Spaß auch. Ach, der Stäbe, vielleicht willst du ja irgendwo Spaß reinbringen in das Ganze und jedes Mal, wenn du das probierst, kommt das bei dem anderen falsch rüber, reagiert der andere gar nicht. Oder der andere sagt, ach komm, ich bin gerade nicht in Stimmung, ich hab schlechte Laune, ich hab hier Arbeit, ich hab Sorgen. Fünf der Schwerter, sieben der Schwerter. Es ist die Art und Weise, wie dieser Mensch mit dir umgeht, was dich hier in diesem gehängten Status baumeln lässt. Es ist eine unehrliche, ausweichende Kommunikation. Manchmal ist dieser Mensch auch so kratzbürstig, angespannt, gibt so patzige Antworten zurück, auch hier mit diesen Pagen der Schwerter. Ja, das ist so eine freche, kurze Kommunikation. Man wird einfach so abgefertigt mit irgendwas. Hier sind auch sehr viele Ängste beim Gegenüber. Ja, also diese Menschen haben es hier mit Ängsten und Problemen zu tun. Sind einfach belastet im Moment. Am besten, du ziehst dich zurück. Hier auch ach der Schwerter. Dieser König der Münzen, hier mit den drei Münzen, das ist grundsätzlich hier eine saubere Geschichte. Da meint es jemand auch ernst. Ja, hält sich hier an Termine, an Versprechen. Ist pünktlich, ist zuverlässig, engagiert sich hier auch. Aber mit ach der Schwerter dann, ja, kommt es immer wieder hier zu solchen Einbrüchen. Ich sehe auch sowas wie depressive Verstimmungen hier, negative Gedanken. Und jemand sieht immer nur schwarz. Jemand sieht hier immer nur das Negative. Hier ist sehr viel Potenzial mit dem König der Münzen. Mit den drei Münzen ist Potenzial für Langfristigkeit. Hier wird etwas sehr Schönes aufgebaut. Und dieser Mensch sieht das gar nicht. Dieser Mensch sieht immer nur die negativen Aspekte, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Hindernisse. Also alles in einem als Resümee. Die Menschen hier im Juni, pass auf, liebe Jungfrau, halte dich zurück von dieser Energie. Das zieht dich runter. Du müsstest ja hier Hindernisse überwinden. Du müsstest vorwärts gehen. Hier wartet auch was Tolles auf dich. Wenn du dich aber mit diesen Menschen hier zu stark beschäftigst, wird diese Entwicklung behindert. Weil diese Menschen momentan selber nicht mit sich selbst im Reinen sind. Ja. Und wie geht das hier weiter bei dir? Ja. Der Eramid. Zweiter Kelch umgekehrt. Erster Schwerter. Die Liebenden und Neuen der Münzen. Der Herrscher. Drei der Kelche. Die Todeskarte. Page der Münzen. So schräg umgekehrt. Liebe Jungfrau, wie wunderbar. Hier kommt deine Karte. Der Eramid. Das bist du. Das ist deine Energie im Tarot. Ja. Du beleuchtest hier eine gewisse Situation. Du erkennst auch im Licht dieser Lampe bestimmte Menschen. Schau mal. Der Eramid leuchtet hier mit seiner Laterne auf die zwei Hunde. Und ein Hund ist rot. Das ist ungewöhnlich. Die Hunde haben auch nicht im Schummerlicht eine rote Farbe. Das ergibt keinen Sinn. Also jemanden enttarnst du hier, habe ich den Eindruck. Du erkennst das Gesicht. Hinter dem Gesicht. Sagt ein guter Freund von mir immer. Der ist auch Sternzeichen Jungfrau. Ja. Wer, wenn nicht die Jungfrau. Dieser Hang zur Analyse. Du erkennst die Feinheiten. Du hörst auch die Zwischentöne. Ja. Die Jungfrauen sind die geborenen Psychologen. Weil sie unglaublich gut andere Menschen durchleuchten können. Und das tust du hier. Und schau mal. Die Folgekarte sind zwei der Kelche umgekehrt. Die liegen auch hier. Du erkennst, wer es ehrlich mit dir meint. Wer zu dir passt. Und wer nur daherkommt, um gewisse eigene Ziele umzusetzen. Oder eigene Bedürfnisse. Du erkennst die Echtheit. Wer ist echt, wer ist nicht echt. Ja. Und ich denke, du wirst dann hier aufräumen. Mit dem Ass der Schwerter. Du zückst hier das Ass der Wahrheit. Das Schwert der Wahrheit. Ja. Wir haben hier auch, ich glaube, ein Kondor. Ist das ein Kondor oder ist das ein Adler mit diesem Siegeskranz? Ja. Du sprichst die Wahrheit aus und du trennst dich hier von Menschen, die dir überhaupt nicht gut tun. Die nur mit ihren Problemen ankommen, was von dir wollen, Unterstützung, die bedürftig sind. Ja. Du trennst dich davon. Hier auch. Die Liebenden. Die Liebenden und Neunde Münzen. Du entscheidest dich für dich. Du sagst, lieber gehe ich meinen Weg alleine, mache ich mein Ding alleine, als mich hier mit Menschen zu verbünden, mich mit Menschen zu treffen, die gar nichts Ehrliches von mir wollen, die gar nicht interessiert sind an mir. Ne. Die nur ihren Ballast bei mir abladen wollen. Dann gehe ich lieber alleine und mache mein Ding alleine. Was du dir wünschst, ja. Hier die Liebendenkarte. Wir haben hier, ja, optisch eine Frau, die ist weiß angemalt und trägt aber ein schwarzes Gesicht seines Gegenübers. Und hier ist eine männliche Figur abgebildet mit einem schwarzen Oberkörper und trägt aber das weiße Gesicht dieser Frau. Du möchtest sozusagen, dass der andere dich spürt. Du möchtest dich im, ja, anders gesagt, du willst dich in dem anderen erkennen können. Jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Du möchtest dich in dem anderen erkennen können. Das ist dir wichtig. Und diese Menschen, nur diese Menschen willst du um dich herum haben. Also du räumst hier auf, liebe Jungfrau. Gleichzeitig sagt mir hier der Renit, dass du dich hier auf diese schicksalhafte Veränderung einlassen wirst und dass du dich darauf vorbereitest, ja. Und mitunter einer der Vorbereitungen ist hier dieses Ass der Schwerter, das zu zücken und wirklich das rauszuschneiden, was nicht mehr zu dir passt, was dich nur behindert. Und mit diesem Ass der Schwerter kommst du hier auch aus dem gehängten Status raus. Ja, weil damit lässt du dann sozusagen das Negative, das Alte, das Abgestorbene hinter dir. Wir haben hier auch die Todeskarte auf der anderen Seite und hier ein Page der Münzen umgekehrt. Ja, hier werden einige Leute verstehen, dass es mit der Jungfrau so nicht mehr läuft, dass die guten alten Zeiten vorbei sind und dass sie bitteschön gerne mit ihren Anliegen woanders hinspazieren dürfen. Ja, und der Page der Münzen umgekehrt, das sind so eine latenten Versuche, Absichten etwas zu konstruieren, etwas aufzubauen, aber es fehlt das Durchhaltevermögen. Man bricht sozusagen in der Mitte immer wieder ab, man schwächelt und genau das lässt du hinter dir. Hier zeigt sich ein Herrscher mit drei der Kelche und ich bin mir nicht so ganz sicher, es ist eine vage Vermutung, sage ich ehrlich, dass hier durch diese schicksalhafte Veränderung ein Herrscher in dein Leben kommt, weil die ist hier in schwarz-rot gekleidet. Und dann wird er auch ein Herrscher mit drei der Kelche, eine super leichte, fröhliche Zeit, ein Miteinander, ja. Und ich glaube, du suchst auch die Kelche, du suchst die Liebe, du suchst wirklich auch Gefühl, ja, das hat dieser Mensch. Und gleichzeitig auch als Herrscher hat dieser Mensch alles im Griff, ist sehr geordnet, strukturiert, hat sich was aufgebaut im Leben, ja, braucht keine Stütze, muss sich nicht ständig ausheulen, ja, weil dieser Mensch weiß, wie es funktioniert, wie es läuft. Er ist ein sehr stabiler Mensch, hat womöglich Wetterenergie oder starke Maxaspekte im Horoskop, kann hier auch andere anleiten, kann auch andere schützen, beschützen, andere vielleicht auch auffangen. Eine sehr starke Persönlichkeit, aber gleichzeitig ist hier, ja, sehr viel Freude, sehr viel Harmonie, Spaß mit an Bord, Leichtigkeit. Ich bin sehr gespannt, liebe Jungfrau, ist eine tolle Legung, recht spannend hier dieses Mal. Also von all den zwölf Sternzeichen ist hier das für mich das spannendste, interessanteste Reading mit wunderbaren Optionen für die Zukunft. Ich wünsche euch einen wundervollen Sommermonat, macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Ciao!